Du fühlst dich müde, antriebslos, bist verspannt. Der Alltag stresst dich. Der Beruf stresst dich. Immer wieder bäumst du dich auf mit aller Kraft. Du willst etwas ändern. Du nimmst dir vor, jetzt wird alles anders. Ich werde trainieren, ich werde laufen gehen, ich werde mich anders ernähren. Doch wie lange hältst du das durch? Schon wieder bist du an diesem Punkt, an dem du schon so oft warst. Du willst das nicht mehr. Du willst dich fit fühlen, stark fühlen. Du willst stolz sein, wenn du in den Spiegel schaust. Aber was ist das Geheimnis? Warum schaffen es die anderen, aber du nicht? Ich sage dir, du bist nicht schuld. Aber dass du nicht schuld bist, bedeutet nicht, dass du die Verantwortung abgeben kannst. Denn niemand ist schuld. Es geht nicht um Schuld. Solange du mit deinen Gedanken in der Vergangenheit lebst und nach dem Fehler suchst, wird alles so bleiben, wie es war. Es gibt nur einen Zeitpunkt, in dem du etwas verändern kannst, und zwar jetzt. Jetzt ist der Moment, in dem du etwas tun kannst. Deshalb steh auf. Steh jetzt auf. Hol dir was zum Schreiben und hör verdammt gut zu. Ich gebe dir jetzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es diesmal wirklich schaffst, fit zu werden. Hey, mein Name ist Sven und ich bin Experte von Sano Gym. Wir helfen jeden Tag vielen, vielen Menschen, wieder einen fitten und schmerzfreien Körper zu bekommen. Und ich gebe dir jetzt hier in diesem Video die Strategie, wie du es schaffst, fit und schmerzfrei zu werden. Egal, ob du aktuell Schmerzen hast, ob du übergewichtig bist, ob du einfach komplett unfit bist und nicht mal die Treppe in deiner eigenen Wohnung schaffst. Es ist ganz egal, dieses Video ist wirklich eine Strategie, wie du von Null oder Minus 10 oder wie du es für dich nennen möchtest, hochkommst bis dahin, wo du hin willst. Natürlich, all das entsprechend, natürlich respektieren wir eine Krankheit, die gewisse Dinge verhindert, aber jeder kann sich weiterentwickeln. Vor allem, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du denkst, es geht nicht. Und genau diese Strategie möchte ich dir jetzt vorstellen und sie hat drei Bausteine. Baustein Nummer eins ist der Zustand, in dem du dich befindest. Und damit meine ich nicht deinen körperlichen Zustand, den du vielleicht als schlecht gerade bezeichnen würdest, sondern ich meine deinen energetischen Zustand. Und das hat mit sehr, sehr vielen Bausteinen zu tun. Und ich sage dir, diesen Zustand, diese Energie, die kannst du sofort und jeden Tag ändern durch ganz einfache Maßnahmen. Die sind einfach, aber das heißt nicht, dass es unbedingt immer leicht ist, es umzusetzen. Dafür brauchst du definitiv ein bisschen Willenskraft. Aber wichtig ist, dass du es schaffst, deinen energetischen Zustand dauerhaft und regelmäßig auf ein höheres Niveau zu legen. Weil die Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen hast und alle Entscheidungen, die du auch jetzt und in Zukunft treffen wirst, die basieren im Wesentlichen darauf, in welchem Zustand du dich befindest. Denn in einem schlechten Zustand trifft man auch tendenziell schlechtere Entscheidungen als in einem guten, in einem positiven, in einem uplifting Zustand, den du erreichen möchtest. Und ich werde dir jetzt ein paar Möglichkeiten vorstellen, deinen Zustand zu verändern. Das heißt, wenn du jetzt mal in dich reinspürst und mal ehrlich für dich bewertest, was für einen Zustand du gerade hast, bist du zuversichtlich, bist du hoffnungsvoll, bist du dir sicher, dass du dein Ziel erreichen wirst, bist du sicher, dass du gleich mit den Übungen, die du bekommst, mit der Strategie, die du bekommst, loslaufen wirst und etwas verändern möchtest, bist du dir sicher, dass du dir jetzt gleich eine Strategie aneignen wirst, die du nicht wieder aufgeben wirst, die du verfolgen wirst, bis du an deinem Ziel bist. Wahrscheinlich musst du einige dieser Fragen aktuell mit Nein beantworten. Und genau das können wir durch gewisse Techniken verändern. Das Wichtigste, was du machen kannst, ist, deinen Körper zu benutzen, deine Haltung zu benutzen, um in einem anderen Zustand zu sein. Denn wenn jemand zu dir reinkommt, dann kannst du auf den ersten Blick eigentlich sagen, was für eine Stimmung, was für einen Zustand die Person hat. Denn du kannst es an seiner Körpersprache, an seiner Mimik usw. erkennen. Das Spannende ist, man nennt das Embodiment, du kannst das Gleiche auch rückwärts machen. Du kannst bewusst eine Haltung einnehmen. Viele sagen das so überdringlich, dass man eine Powerpose einnehmen soll. Und ja, das funktioniert, aber man muss nicht irgendwie im Alltag hin und wieder einfach so eine Powerpose einnehmen, sondern man kann auch im Alltag durch kleine Veränderungen an Mimik und Haltung sofort verändern, wie man sich fühlt. Probier es aus. Das Erste, was du machst, ist, steh auf. Wenn du nicht schon stehst, steh auf. Stell dich aufrecht hin. Nimm die Schultern ein kleines bisschen zurück. Mach dich etwas größer. Zauber ein Lächeln in dein Gesicht. Zuversicht und schau mal zuversichtlich. Ich brauche dir das nicht erklären, wie das funktioniert. Du weißt, wie Zuversicht aussieht. Und stell dich mal zuversichtlich hin und spür einfach mal in dich rein, was das mit dir macht. Und bitte bleib bis zum Ende des Videos genau so stehen, um wirklich mal zu erfahren, was es bringt, wenn man mal fünf Minuten, zehn Minuten so steht. Das Zweite, was wir tun, ist, wir verändern unseren Fokus. Das heißt, wir verändern, worauf wir schauen. Und das ist sehr, sehr mächtig. Denn natürlich können wir uns darauf konzentrieren, was gerade alles nicht gut ist. Aber das wird deine Energie eher senken. Das heißt, das wird deinen Zustand negativ verändern. Und damit auch die Entscheidungen, die du treffen wirst. Stattdessen wollen wir uns, und das ist kein plattes, positives Denken, aber wir wollen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir gut finden und die wir positiv verändern können. Und das bedeutet nicht, dass wir alle schlechten Dinge ignorieren, aber wir konzentrieren uns nicht darauf. Wir erkennen sie an. Ja, so ist es. Ich habe vielleicht eine schlechte Beweglichkeit, Schmerzen. Ich habe vielleicht in letzter Zeit nicht genug für meine Fitness, für meine Gesundheit gemacht. Ich habe vielleicht mich nicht richtig ernährt. Ich habe vielleicht ein bisschen Übergewicht. Das ist so. Das stört mich. Ich will es ändern. Aber ich muss mich nicht darauf konzentrieren. Ich kann mich auf die Möglichkeiten konzentrieren, um es zu verändern, denn das schafft positive Energie. Und zwar nicht auf dem Berg, der vor mir liegt, sondern auf, so wie ich das in der Einleitung gesagt habe, auf die Dinge, die ich jetzt verändern kann. Was ist eine Sache? Beantworte das, bevor du weiterschaust. Was ist eine Sache, die du jetzt sofort tun kannst, um deinen gesundheitlichen Zustand zu verbessern? Eine machst du gerade schon. Du stehst in einer zuversichtlichen, aufrechten Position und nutzt Embodiment. Was wäre noch etwas? Vielleicht ein Glas Wasser trinken? Vielleicht ein Apfel, eine Gurke, eine Tomate, etwas gesundes Essen? Vielleicht ein paar Bewegungen machen, den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen? Vielleicht einmal ums Haus laufen? Irgendetwas. Entscheide dich, was du jetzt sofort machen könntest und mach es einfach. Und wir sehen uns gleich wieder. Kurz auf Pause drücken, mach es einfach. Okay, willkommen zurück. Und wenn du das jetzt gemacht hast, vielleicht ist dir währenddessen aufgefallen, dass Zweifel hochkommen. Dass irgendwelche Ausreden von deinem Gehirn hochkommen, die dir sagen wollen, warum du das jetzt nicht machen sollst. Es ist doch blöd jetzt hier so mit dem Video und einmal ums Haus laufen. Und was soll das bringen mit dem Glas Wasser? Und das, was jetzt hochkommt, ist das Ergebnis deiner Glaubenssätze. Deiner Glaubenssätze insgesamt über dich und deiner Ängste. Und ich will dir einen ganz wichtigen Satz mitgeben, der mir persönlich auch sehr, sehr hilft. Und der ist, diskutiere nicht mit deinem Gehirn. Das heißt, innerlich weißt du doch, was du jetzt machen möchtest. Aber dein Gehirn bombardiert dich mit Ausreden. Hör nicht darauf. Mach es trotzdem. Wenn genau das kommt, dann zählst du von 5 runter. 5, 4, 3, 2, 1. Und bevor du bei 0 angelangt bist, musst du angefangen haben. Denn, ja, Mel Robbins zum Beispiel hat es gezeigt, es dauert ungefähr 5 Sekunden, bis dein Gehirn wirklich effektiv wird mit seinen Ausreden. Bis dahin kannst du den Wallen noch easy durchbrechen. Und genau das solltest du nutzen. Argumentiere nicht mit deinem Gehirn. Der nächste Punkt ist, welche Worte benutzt du gegenüber dir selber? Wie bezeichnest du dich selber? Wie redest du über dich selber? Ich habe einen Kunden, der hat sich mit vielen Übungen schwer getan. Und wenn es mir hin und wieder mal passiert ist, dass ich eine Übung ausgewählt habe, die er nicht hingekriegt hat, die er nicht ausführen konnte, dann war seine Aussage immer, ja, mein Körper hier, dieser Kadaver, da funktioniert es halt nicht mehr. Was passiert mit deinem Körper und mit deinem Kopf, wenn du solche starken Wörter im negativen Sinne über dich benutzt? Steigert das deine Energie, dein Status, oder senkst du ihn damit? Und dabei kommt es nicht nur darauf an, in welche Richtung du dich redest, das heißt, dass es jetzt eine negative Aussage war, sondern dieses mächtige, starke Wort Kadaver, das bringt das Gewicht in diese Aussage und das verändert was. Ganz anders wäre es, wenn er sagt, ach, ich bin halt schon ein bisschen eingerostet, aber ist nur Flugrost. Das würde schon was ganz anderes aussagen. Das spiegelt natürlich wieder, was in dieser Person abgeht, aber du kannst das verändern, im Kleinen, Step by Step. Das heißt, überlege dir, was für ein Ziel willst du erreichen und was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum du es bisher noch nicht erreicht hast? Wie beschreibst du diese Gründe? Und dann finde mal andere Wörter dafür. Finde mal einen anderen Fokus. Auf was kannst du dich stattdessen dabei konzentrieren? Kannst du das vielleicht umdrehen? Kannst du das anders sehen? Anstatt, ich bin nicht fit, kannst du auch sagen, ich habe noch nie etwas für meine Fitness getan. Ich habe noch nie konsequent an meiner Fitness gearbeitet. Natürlich bin ich fit, ich habe es nur noch nicht ausgelebt. Das ist doch was ganz anderes, ein ganz anderer Startpunkt und da denkt man ganz anders über sich und eröffnet sich selbst ganz andere Möglichkeiten. Ja, natürlich komme ich die drei Stockwerke nicht ohne Schnaufen hoch. Ich habe es ja nie geübt, sonst könnte ich es, aber ich kann es ja üben. Ich kann ja auch in anderen Lebensbereichen Dinge, die habe ich ja auch irgendwann mal geübt. Ich kann ja laufen, das habe ich ja auch mal geübt. Also bin ich ja in der Lage, Dinge zu lernen. Ja, und wenn all das nicht hilft, dann empfehle ich dir Dankbarkeit. Einfach mal Dankbarkeit zu empfinden für die Dinge, die du schon hast. Denn du bist, egal wie schlecht es dir geht, wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, wer hier dieses Video anschaut, du bist am Leben. Ja, das heißt, du hast noch eine Chance. Du hast nicht alles versaut. Irgendwas ist positiv. Irgendwas kannst du. Irgendwas hast du schon erreicht. Konzentrier dich darauf und sei dankbar dafür. Und es reicht nicht, wenn du da einen Satz aufschreibst, ich bin dankbar, dass ich gerade nicht krank bin, sondern du musst es wirklich fühlen. Du musst die Augen schließen, dich in diese Situation reingeben, am besten noch die Hände aufs Herz legen und spüren, hey, dafür bin ich dankbar. Das wurde mir geschenkt, das habe ich mir selbst erarbeitet und das habe ich. Und davon kann ich weitergehen. Und das muss auch gar nicht bei dir selbst liegen, das kann auch im Außen liegen. Ich bin dankbar für meine Schwester, für meine Mutter, für meine Partnerin oder wie auch immer. I think you get the point. Und das war alles Schritt eins, Säule eins. Das heißt, ändere deine Energie durch Embodiment, eine aufrechte Haltung, eine positive Mimik. Ändere deinen Fokus, ändere die Wörter, die du über dich selbst benutzt und sei dankbar. Ich werde das am Ende nochmal zusammenfassen. Kommen wir zu Säule Nummer zwei. Komm in Bewegung. Denn wenn du in Bewegung kommst, erstens wird das auch deine Energie positiv beeinflussen. Natürlich ist es nicht nur die Körperhaltung, auch Bewegung, rausgehen, frische Luft und so weiter, ein gestärkter Körper, all das, was das Hormonell mit deinem Körper macht, das verändert sehr, sehr viel. Das wirst du auf jeden Fall merken, wenn du das machst. Und ich bitte dich, wenn du es wirklich, dieses Video ist ja für Leute, die wirklich noch bei Null stehen, fang langsam an. Das, was für dich Bewegung ist, wo du sagst, das kann ich machen, tu es, tu es täglich und steigere es Step by Step. Das kann ein Spaziergang sein, das kann Joggen gehen sein, das kann eine Übung sein, irgendwas. Komm in Bewegung, tu es regelmäßig und mach jeden Tag ein bisschen mehr davon. Was ich auf jeden Fall jedem spazieren, äh, spazieren, sage ich schon, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist, einen Spaziergang zu machen, jeden Tag. Jeden Tag in Bewegung zu sein. Die Homeoffice-Bewegung hat es uns viel schwerer gemacht, ansonsten hat man zumindest noch den Arbeitsweg oder den Weg zum Auto, komm in Bewegung, mach einen Spaziergang. Punkt Nummer zwei ist, such dir ein Trainingsprogramm und am Anfang kann das eine einzige Übung sein, die dir gut tut. Wenn du einen Schmerz hast, schau dich auf unserem Channel um. Wir haben zu nahezu jedem Schmerzproblem auch ein Lösungsvideo. Mach die Übungen aus diesem Video. Wenn du kein Schmerzproblem hast, such dir ein Workout aus, such dir ein Beweglichkeitsprogramm aus. Mach irgendwas, mach auch das täglich, halte es am Anfang kurz. Dieses Komm in Bewegung Teil, das ist der Teil, wo du aufpassen musst, dass du dich nicht überforderst. Das solltest du am Anfang lieber nicht zu viel machen und dafür Step by Step steigern. Säule Nummer drei ist die Ernährung. Weil du kannst nur die Energie aus deinem Körper rausholen, die du auch reinsteckst in Form von Ernährung. Und wenn man da eben nur Mist reinsteckt, dann kann auch nur Mist rauskommen. Das ist irgendwie logisch. Aber auch da gibt es ganz einfache Dinge, die du tun kannst. Und du musst nicht zum Ernährungsexperten werden. Du musst ja nicht 100 Videos, 100 Bücher oder irgendwas lesen zu dem Thema oder dich verwirren lassen von all den Ernährungsweisheiten, die du da draußen hast. Ich gebe dir drei einfache Dinge, die du machen kannst, die sofort eine Menge verbessern werden, wenn du einfach nur das umsetzt. Punkt Nummer eins. Trinke viel Wasser und Tee. Und ich sage sogar, trinke ausschließlich Wasser und Tee. Lass alles andere weg. Keine Gesüßten, keine Zero-Getränke, kein Kaffee, wobei über Kaffee können wir noch am ehesten reden, aber nichts mit Kalorien, gar nichts. Punkt Nummer zwei. Esse zwei oder maximal drei Mahlzeiten am Tag. Mehr nicht. Das heißt, nichts dazwischen. Keine Snacks, keine Kalorien dazwischen. Du kannst gerne drei Mahlzeiten am Tag essen, aber dann entscheide dich, wann ist Mahlzeit eins, zwei und drei und dann ess diese Mahlzeiten genau dort und an keinem anderen Punkt des Tages oder der Nacht noch schlimmer. und der dritte Punkt, was du zur Ernährung tun kannst, ist die Hälfte der Dinge, die du isst, sollten wasserhaltig sein und das ist einfach nur eine Art zu beschreiben und zu sagen, ess mehr natürliche Lebensmittel, Obst und Gemüse. Die Hälfte der Dinge, die du isst und da kannst du jeden Tag auf deinen Teller gucken, was da liegt, sollte wasserhaltig sein. Mehr ist kein Problem, ist positiv, weniger sollte nicht sein. Entscheide dich dafür. Und damit kommen wir auch zur 3 plus 1 vierten Säule, denn die vierte Säule ist tatsächlich mach alles auf einmal. Ich habe in anderen Videos gesagt, tu am Anfang langsam, mach Step by Step und so weiter, aber mittlerweile bin ich der anderen Meinung, weil nur einen Punkt zu betrachten, zum Beispiel nur in Bewegung zu kommen oder nur den Zustand zu verändern oder nur zum Beispiel nur noch zwei, drei Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen. Eine einzelne Veränderung in Summe macht keinen Unterschied, der groß genug ist, um dich ins Rollen zu bringen. Aber wenn du alles auf einmal umsetzt und da meine ich nicht, dass du mit jedem einzelnen Punkt crazy gehst und dich jetzt komplett nur noch mit Ernährung, Bewegung und deinem State beschäftigst oder dreimal die Woche Joggen gehst und fünfmal ins Fitnessstudio, das meine ich damit nicht, sondern damit meine ich, dass du an jeder Säule, also an der Energie, an kommen Bewegung und an der Ernährung gleichzeitig arbeitest, gleichzeitig die Dinge umsetzt, weil das dir in Summe so viel Energie geben wird, dass du wirklich damit ins Rollen kommst und es schaffst diese Widerstände, diese Hürden, die immer wieder kommen, einfach umzunieten, sozusagen, weil du so ein Momentum in so kurzer Zeit aufgebaut hast. Denn wenn du jetzt an diesem Punkt bist, dass du dieses Video geschaut hast, dass du eine Lösung suchst, dann hast du ja jetzt den Willen, etwas zu verändern, dann hast du jetzt Energie. Das Problem ist, diese Energie reicht oft nur für ein bis zwei Wochen, um es tatsächlich umzusetzen und das reicht eben nicht, um eine Gewohnheit dauerhaft umzusetzen. Also musst du jetzt in dieser Zeit, die du hast, mit der Energie, die du jetzt hast, gleich so viel Impact schaffen, dass du mehr Energie hast, um dann ja letztendlich durchzuhalten und weiterzumachen und diesmal wirklich einen Unterschied zu machen. Diesmal wirklich nicht wieder an denselben Punkt zurückzukommen, sondern es zu schaffen, Dinge zu haben, die du ab jetzt für immer so machst. Und genau diese Punkte, die ich dir jetzt aufgezählt habe, das sind die Punkte, die du ab jetzt für immer machen kannst, weil wenn du das mal integriert hast, ist das kein großes Ding. Das kann jeder, so viel Zeit hat jeder, nur am Anfang ist es halt schwer. Am Anfang kostet es mehr Zeit, weil du jetzt noch nicht weiß, wie es geht, weil du jetzt noch nicht die Routinen hast, sodass es von alleine geht. Also lass uns das Ganze nochmal runterbrechen und einfach für dich machen. Das ist die Checkliste zum Mitschreiben. Morgens, wenn du aufwachst, machst du als allererstes, gehst du in die Küche, trinkst zwei Gläser Wasser, am besten lauwarmes Wasser, geht besser in den Körper rein. Als nächstes stellst du dich hin in eine positive Position, schließt die Augen, guckst zuversichtlich und denkst an Dinge, die dir dankbar sind, gehst da richtig tief rein. Nach dieser Session bist du in so einem guten Zustand, dass es dir ganz leicht fallen wird, rauszugehen und spazieren zu gehen und das wird deine Laune weiter anheben. Während du spazierst, kannst du weiterhin positiv sein, du kannst gehen, als wärst du fit, du kannst zu tun, sozusagen erst mal fake it until you make it, als wärst du komplett zuversichtlich, als würde alles passen und allein diese Routine, wenn du das morgens angewöhnst, würde genug Energie geben, um positiv in den Tag zu starten und um alles positiv, in eine positive Richtung zu drücken, was du sonst tun würdest. Und je nachdem, um wie viel Uhr du das jetzt gerade hörst, würde ich dir empfehlen, als nächstes sofort einkaufen zu gehen und kauf einfach mal einen Einkaufswagen voll mit Obst und Gemüse. Kauf das einfach, ohne dass du weißt, was du damit machen wirst. Du wirst es am Ende essen. Keine Sorge, kauf mal einen ganzen Einkaufswagen voll dem Zeug und ernähr dich mal mit so viel Gemüse und Obst, wie du es noch nie zuvor getan hast. Mach das einfach mal. Trau dich, geh in den Laden und kauf einen ganzen Einkaufswagen voll. Mittags, in der Mittagspause, da machst du nochmal Embodiment. Du stellst dich nochmal positiv hin, schließt die Augen, Dankbarkeit, fünf Minuten, könntest dann ein kurzes Workout anschließen, deine Übungen oder nochmal spazieren gehen. Danach dann Mittagessen. Was du isst, hast du ja gerade eingekauft. Und abends würde ich dir empfehlen, auch nochmal den Zustand zu verbessern, positiv runterzufahren, den Tag zu beenden, Dankbarkeit zu spüren und gerne auch nochmal einen Spaziergang, jemanden mit involvieren. Du musst ja nicht alleine spazieren gehen. Geh mit Menschen spazieren, die dir lieb sind. Verbring Zeit mit denen und tank auch dadurch positive Energie und das wird dafür sorgen, dass du alles andere auch schaffst, umzusetzen. Also, Punkt Nummer 1, Energie, Punkt Nummer 2, Bewegung, Punkt Nummer 3, Ernährung, Punkt Nummer 4, mach alles auf einmal, hör nie wieder damit auf und hinterlass mir in den Kommentaren bitte, bitte ein Feedback, ob ich dir damit geholfen habe, denn das ist mein größter Wunsch, dass ich mindestens einer Person mit diesem Video helfe, dann hat es sich für mich gelohnt und dann ist das ein Punkt, wofür ich morgen früh dankbar sein kann, deswegen hinterlass mir einen Kommentar, hinterlass mir einen Daumen nach oben und teile das an alle Menschen, wo du denkst, denen würde das auch helfen. Dein Sven von Sanus.